Freunde, es ist mal wieder soweit, wir haben uns hier versammelt, um einen weiteren Speedrun zu veranstalten. In der letzten Folge haben mein sechst bester Freund Kroko und ich einen Speedrun veranstaltet, wer von uns beiden in einem random Twitch-Chat das VIP-Abzeichen ergattern kann. Heute speedrunnen wir, wer von uns beiden ein Sub geschenkt bekommt in einem random Twitch-Chat. Gibt ja Randbedingungen. Nummer 1, 3 Twitch-Tabs at a time. Kanäle können gewechselt werden. Wenn wir erkannt werden, ist Game over. Regel Nummer 3, die Börter Sub und Gift sind blacklisted. Dürfen wir also nicht benutzen. Kroko, bist du bereit, Geld zu erschnornen? Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, switchen wir auf die Twitch-Szene, machen unseren Timer bereit und auf 3 geht es los, Kroko. 3, 2, 1, go. Okay, holy shit. Ich habe legit gar keine Ahnung, wie wir das diesmal anfangen. Ich habe halt keine Ahnung, wie wir nach Subs fragen, ohne nach Subs zu fragen. Ich suche mir erst mal 3 aus, wo die erst mal initial so aussehen könnten, als dass es funktioniert. Aria Adams, alright. Ist doch mal so doll. Dann haben wir Rammerio. Oh Gott. Rammerio, alrighty. Und wir haben Panik-Fee. Wir fangen bei Panik-Fee an. Hey, guys. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das macht. Rammerio. Unser Baby heißt... Ramiges. Hallo. Enrique. Alter, Shoutouts an Enrique. Und danke, Markus, für 9 Monate. Weiterhin viel Spaß mit den Emotes. Hätte auch so gerne diese Emotes. Die schaltet man die frei. Vielleicht ist ja einer aus dem Chat kürtig und schaltet mir die frei. Oh mein Gott, könnte das direkt klappen? Die kann man mit Kanalpunkten zufällig freischalten, tatsächlich. Oh, er sagt nicht direkt Zapp. Das ist übertrieben sympathisch. Oh mein Gott. Hä, das könnte klappen. Das könnte for real klappen. Hier hat auch ein Gift. Hier ist auch ein Gift da drin. Ey, das wäre so geil. Könnte das klappen? Habe ich einen bekommen? Ah, schade. Habe keinen bekommen. Feels bad, man. Oh mein... Hä? Letztes Mal hatten wir mega viel Glück im Fortnite-Tab. Heute suche ich nach Menschen, die Geld haben. Und willig sind es auszugeben. Wo finde ich solche Menschen? Wer hat die meisten Abonnements? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Call of Duty-Streamer sind. Weil ich spiele alle Fußball. Angelina. Angelina hat sicher einen richtig krassen Top-Gifter. Da. Daisy Rack. Ist er online? Scheiße, ist er nicht. Egal. Guten Tag. So, Warzone. Wer hat noch viel Geld? Wer hat noch scheiße viel Geld? Kunst. Safe. So, schauen wir mal. Wie viele Sub-Gifts da? Okay, auf gar keinen Fall. Oh mein Gott, alles gut. On the way. League of Legends. Safe. Gifter. Ah, aber das ist, glaube ich, Weekly, oder? Ah, das ist sogar Monat. Okay, scheiße. Voraus. Ui. Okay, geil. Dann probieren wir es auf jeden Fall. Oder was? Vielleicht geht es weiter. Dann scheiße. Wieder kein Speedrunner. Das Chatting. Irgendwo, dass es viele Gifter gibt. Mit mehr Viewern, glaube ich, macht das mehr Sinn tatsächlich. Wir gehen hier rein. Das hier ist, glaube ich, so die perfekte Sparte so. Wir gehen mal bei Paddy rein. Und auch bei Geise. Geise. Bei Ramario können wir raus. Hey, Guys. Du hast echt coole Emotes. Du hast echt coole Emotes. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen. Keine Gifter im Chat. Selty. Ist Selty im Chat? Selty ist im Chat. Oh mein Gott. Kann man deine Emotes mit Kanalpunkten freischalten? Oder nur mit Sub? Für 250 geschenkte Abos. Apoll, gönnen. Ah, derzeit nur mit Sub. Feels bad, man. Prime gone. Already. Gotta wait. Das könnte ein schlauer Schachzug gewesen sein oder ein Bann. Scheiß drauf, okay. Gehen wir auf Paddy. Moiners. Grüße. Falsch geschrieben. Juckt doch kein. Großer Fan des Streams. Aber kann die Emotes der Streamerin leider nicht benutzen. Könnte mir da jemand gehilflich sein? So nicht, Big Brain. Ich feier den Stream. Mega. Leider kann ich die Emotes der Streamerin nicht benutzen. Kann mir da jemand gehilflich sein? Ich feier den Stream mal wieder. Mega. Leider kann ich die Emotes von dir nicht benutzen. Kann mir da jemand behilflich sein? Nein. Bitte battle woanders. Yo. What? 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 Hä? 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 Warum aber ein Perma? Hä? Wenn du irgendwie Emotes haben willst, dann Sub halt wenigstens selber rein. Aber battle nicht. Ich will gar kein Mott, Mann. Okay, Bro. Das ist scheiße. Das war so absolut meine Schuld. Dass ich wirklich wie einen Hund gebattelt habe. Sorry, Mann. Der hat dich da halt anbekommen. Das war jetzt so geil gewesen. Und Krucke, was hat keiner bekommen. Das ist Batman. Leider kam bei der 10er Bombe meinen Namen nicht. Ich habe echt ein Glück bei dem Zufallsprinzip. Ihr macht mich komplett kaputt. Ich bin seit, weiß ich nicht, fünf Minuten live. Any Bridgeguys, bitte. Ja. Ja, 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 ja. Habs getan, Felix. Habs getan. Die Folge ist vorbei. und ich bin der Sieger. Wirklich? Hab schon getan. Hab schon getan. Ich war so close, Bro. Was hast du gemacht? Ich hab geschrieben, dass ich so ein Problem hab, dass ich ihre Emotes nicht verwenden kann und ob mir jemand helfen kann. Dann haben sie angefangen, Subs zu giften. Hab ich das Wort Sub oder Geschenk benutzt? Nein. Bro, wirklich, du bist der größte Schmarotzer. Aber ey, du hast gewonnen. Ich hab Linguistik studiert, Felix. Du hast leider gewonnen. Ey, alles gut. Mein Ding. Mein Ding. Gut für mich, ich hab sehr wenig zu schneiden. Super. Ich hab auch eine Permaband kassiert. Ziemlich schnell. Wirklich? Koko, ey, fair play. Du hast gewonnen. Chapeau. Fair Handshakes. Vielen heiß, vielen Dank. Es steht 1-1, hätte ich gesagt. Es steht 1-1, Koko. Das wird eine schnelle Folge. Dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was wir bei der nächsten Folge Speedrun sollen. Ich mein, du hast jetzt wirklich zwei... Halt die Fresse, Koko. Und auch gerne die Randbedingungen dazu schreiben. Koko, halt deine Fresse. Sorry, sorry, sorry. Dann bis zum nächsten Mal. Hey, Felix, danke für diese 10 Minuten Unterhaltung. Abonniert meinen Kanal. Ciao. Aber auch meinen. Unbedingt. Es verlinkt der Kanal von Koko bestimmt diesmal. Echt? Dieser diesmal verlinkte Aussprache? Ja, ja.